Instagram, die große Macht im Metaverse, mischt die Kunstszene heftig auf. Auf Instagram kann jeder posten. Es macht mich kreativer. Ohne Instagram bist du als Künstler sehr eingeschränkt. Kunst für alle. Kunst ist alles. Kunst ist, wenn der Künstler sagt oder die Künstlerin sagt, das ist Kunst. Auf Instagram sind alle gleich. Instagram ist immer und überall. Eine digitale Galerie, die ins Unendliche wächst. Eine Plattform, die die Kunstwelt auf allen Ebenen umwälzt. Instagram gibt es seit mittlerweile zehn Jahren. Und Instagram hat die Kunstwelt verändert, insofern als Künstlerinnen und Museen die Plattform nutzen. Zum einen als Marketing-Tool, zum anderen als Kunstvermittlungstool und um die eigene Kunst zu zeigen. Und das hat die Kunstwelt insofern verändert, als sie demokratischer geworden ist. Account ist einfach. Das heißt Konto. Mit deinem Konto bist du auf Instagram für andere sichtbar. Und mit dem Konto bist du automatisch ein User. Also es kann im Grunde jeder, auch ein kleines Museum, jede Künstlerin und jeder Künstler, sehr viele Menschen erreichen mit der eigenen Kunst. Also man muss nicht mehr, wie das früher war, an Kuratoren, Kuratorinnen und Galeristen und Galeristinnen vorbei. Milliarden von Accounts. Nirgendwo kann man seine Kunst leichter zeigen als auf Instagram. Niedrigschwellig und barrierefrei. In Museen und Galerien ist zu sehen, was Kuratoren, Kuratoren und Galeristinnen auswählen. Auf Instagram kann jeder posten. Also von daher ist Kunst auf Instagram im Grunde alles, was es an Kunst auf der Welt gibt. Instagram ist eine gigantische Galerie. Ein Kunst-Metaverse, in dem ständig Neues entsteht und in dem sich analoge Galerien in die Zukunft verlängern. Darum setzen konventionelle Museen auf Instagram. Es ist ein Medium, das hat einen sehr visuellen Schwerpunkt. Und es ist ein Bildermedium. Es funktioniert nochmal ganz anders als jetzt Facebook oder Twitter. Und wir als Bildermuseum sind dafür natürlich prädestiniert, wenn man so möchte. Museen nutzen Instagram zum einen zur Kunstvermittlung, zum anderen aus Marketinggründen. Wenn man ein jüngeres Publikum erreichen will, erreicht man das ganz sicher nicht mit der FAZ. Und dann muss man eben als Museum und Institution dahin gehen, wo das junge Zielpublikum ist. Und dann ist das auf Instagram. Und dann ist ganz klar, dass man sich dieser Umgebung anpassen möchte, weil es da eine eigene Sprache gibt, eigene Bildwelten, eigene Themen. Und eigentlich ist es was sehr, sehr Positives, dass Kunst auch Unterhaltung sein kann. Um auf Instagram wahrgenommen zu werden, kooperieren Museen wie das Städelmuseum in Frankfurt am Main mit lokalen Influencern. Samuel Gärtner ist Fashion-Designer. Mag Kunst, aber Mode noch viel mehr. Die Gemälde hier sind für ihn schöner Hintergrund für ein Fashion-Shooting. Da gibt es auch drei Frauengemälde nebeneinander, also Porträts. Ich glaube, da können wir auch ganz cool mitspielen. Also es ist eine ganz aktive Auseinandersetzung mit der Kunst. Und das bereiten wir dann gemeinsam vor. Und wenn jemand dann da so ein sorgfältig ausgeklügeltes Konzept hat und das so gut auch dann zu uns passt und auch für unsere Bilder zuträglich ist oder für unseren Auftrag, dann machen wir das sehr, sehr gerne möglich, sowas. Ja, das ist toll. Er macht Vorschläge, er zeigt mir seine Looks. Und ich schaue dann, funktioniert das mit den Bildern, funktioniert das mit den Inhalten der Bilder, funktioniert das mit den Künstlerinnen und Künstlern, die dahinter stecken. Und das ist dann der Prozess, wo ich Einfluss drauf nehme. Ich bin ganz ehrlich, wenn irgendwas ist oder so, wo wir feststellen oder wo ich auch feststelle, nee, mag ich nicht, finde ich nicht gut, dann machen wir es halt auch nicht. Samuel Gärtners Modeschöpfer und Videokünstler. Für das Städel-Museum wurde er wichtig, weil er ein Influencer mit viel Reichweite ist. Influencer. Ein Influencer bist du, wenn du viele Follower hast. Diesen Followern zeigst du deinen Lebensstil, Sachen oder Produkte. Viele Influencer machen Werbung und verdienen damit ihr Geld. To Influence heißt beeinflussen. Influencer sind Beeinflusser. Der Influencer schafft Reichweite für sich und zieht das Museum mit in seinen Fame. Die Kunst ist Kulisse. Aber beide Seiten profitieren voneinander. Und damit tragen sie das, was sie gelernt haben im besten Fall, eben in ihre Kanäle. Und begeistern dafür wiederum weitere Menschen, die so inspiriert sind, dass sie dann ins Museum sogar kommen. Wenn Medien über uns berichten, dann berichten ja die Journalistinnen, Journalisten, Redakteurinnen und Redakteure. Und wenn wir unsere eigenen Kanäle bespielen, und das ist ja bei allen Social Media Kanälen der Fall, dann sind wir der Absender. Alle Jahrestage, aber auch Welthundetag, Weltkatzentag, Hashtag-Tage, Internationaler Museumstag. Das wird alles in unserem Redaktionsplan erfasst. Und so setzen wir dann die Themen. Was mich immer wieder überrascht, ist, wie gut Hunde und Katzen ankommen. Kunst als Unterhaltung, als viraler Trend. Viral. Viral oder viral bezeichnet ein digitales Phänomen. Eine extrem schnelle Verbreitung von Posts, Keywords oder Memes. Geht etwas viral, bekommt es mega viele Klicks. Zum Beispiel Katzenvideos wie LOLcat oder Grumpy Cat. Viral kommt von Virus. Ein viraler Post ist wie eine Pandemie. Macht aber seltener krank. Am Ende definiert der Algorithmus, was Kunst ist. Kunst auf Instagram kann alles sein. Also das kann Malerei sein, das kann Fotografie sein, das können Videos sein. Malerei ist im Jahr 2020, 2021 sehr populär gewesen und ist noch sehr populär auf Instagram, weil sich das auch sehr gut abbilden lässt. Also man kann sich das ja vorstellen, ein Gemälde kann man sehr gut abfotografieren. Künstler oder Künstlerin kann sich sehr gut neben einem Gemälde platzieren. Und da hat sich die Malerei ein bisschen verändert, weil wenn man sich jetzt Instagram vor Augen führt, man hat das alles auf einem sehr kleinen Screen, auf kleinen Quadraten. Und dadurch ist die Malerei sehr übersichtlich geworden. Instagram macht, dass einige wenige Kunstgattungen plötzlich im Trend liegen. Instagram ist ja ein wesentliches Medium für Fotografie, also man teilt Bilder. Dadurch sind eine ganze Anzahl an junger Leute, die angefangen haben, Instagram zu nutzen, zu Fotografen geworden. Also man fängt ja plötzlich an zu fotografieren. Also man hat sein Smartphone, jeder nutzt das. Und einige kommen eben darauf, dass sie sehr interessiert, durch die Stadt zu ziehen, Motive zu entdecken, Leute zu treffen, Leute zu fotografieren, wie das beispielsweise ConAction in Berlin macht. Der ist durch Instagram zum Architekturfotografen geworden, trifft mittlerweile Tänzer und Tänzerinnen, die er vor Architektur inszeniert. Das hat die Plattform möglich gemacht. Einfach dadurch, dass man das Smartphone als Fotokamera nutzt und Menschen zum Fotografen geworden sind. Fast vergessene Kunstformen bekommen plötzlich Aufmerksamkeit. Durch Instagram ist Performance-Kunst wieder populär geworden. Oder, das ist ganz interessant, man merkt ja, oder genau damit spielen Künstler und Künstlerinnen wie Amalia Ullmann, das war schon im Jahr 2014, also die Künstler und Künstlerinnen spielen damit, dass die Performance nicht als Performance erkennbar ist, sondern sie replizieren Motive und Themen, die sie auf Instagram entdecken und überführen das dann an eine Performance. Und dann überlassen sie das den Followern und Followerinnen, dass sie erkennen, okay, das ist ja tatsächlich eine Performance. Da möchte uns jemand kritisch vor Augen führen, was da eigentlich jeden Tag auf der Plattform passiert. Dass perfekte Bilder vom perfekten Leben geteilt werden. Ja, so eine toxische Positivität, die den ganzen Tag versucht wird im Alltag zu kommunizieren. Schöner Urlaub, schönes Essen, schöne Freunde, schöne Partys, alles ist schön. Und das entspricht ja eigentlich nicht dem, wie das Leben funktioniert. Follower. Follower sind Personen. User sozialer Medien. Du abonnierst deinen Account, weil du die Inhalte mit anderen Followern teilen willst. Follower schaffen Reichweite. Je mehr, desto größer der Fame für Influencer. Woher kommt's? Aus dem Englischen. To follow heißt jemandem folgen. Ein sehr großes Thema auf Instagram ist das Thema Selbstdarstellung. Das zweite große Thema Feminismus, Gleichstellung der Geschlechter, Schönheitsideale. Dass nicht das unbedingt das Schönheitsideal sein muss, was man aus den Medien kennt. Also schlanke Frau, ohne Haare, ja, blond. Sondern dass Frauen sich zeigen können, wie sie gesehen werden wollen. Und das ist gerade ein großes Thema oder seit vielen Jahren ein großes Thema bei Künstler und Künstlerinnen. Alte Gattung, neue Themen in der Kunst. After Perform steht für ein radikales Selbstkonzept auf Instagram. Die Person ist nicht der Körper. Die Person ist nichts, was von Körper, Körperteilen, Hautfarbe oder Aussehen bestimmt wird. Das ist der Körper. 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 Vielen Dank.